Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Wheels. Leute, ich habe ein kleines Experiment vor und zwar möchte ich eine Happy Wheels Woche starten. Jeden Tag gibt es ein neues Happy Wheels Video um 14 Uhr. Ich meine jeden zweiten Tag 14 Uhr. Ist ein kleines Experiment und das Geile ist, wir spielen am heutigen Tag endlich eure brandfrischen Paluten Level. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, schallert gerne den Like rein. Wir geben jetzt wie früher hier einfach schön Paluten ein. Oh ja, guckt euch das an. Das sind alles ganz, ganz frische Paluten Level erstellt in den letzten Tagen. Okay, das ist krass. Oh, let's freaking go. Alter Schwede. Hier macht man gar keine Bewertung. Teilweise ein Stern. Junge, das ist wirklich wie früher, ich sag's euch. Oh, ein Bottle Run ist dabei. Oh, das wird lecker. Das wird lecker. So, warte mal, hier haben wir teilweise ja schon welche gespielt. Genau, wir fangen dann an mit dem Level von Gympanze. Äh, was nehme ich? Opa? Oh, nichts passiert. Okay. Ja, okay, okay. Also, ich muss hier unten, bin ich richtig oder was? Hier, hier, Opa. Opa kommt schon. Äh, Palenlo. Palenlo. Oh. Baum fällt. Also, ich hab das Gefühl, wir sind richtig. Ich weiß zwar nicht, ob wir den richtigen Charakter haben. Ähm. Ja, rüber. Müssen wir hier hoch? Ja, wie soll ich denn hier hoch? Oh, doch. Ich schaff's. Ich schaff's. Nein, da sind Apun. Okay, schnell. Schnell wieder zurück. Alles klar. Ja, toll, Alter. Was soll ich denn da? Eigentlich, da ist auch, vor allem ist da auch das. Bitte, bitte. Oha. Oha, ich bin aus. Erwählte. Oh, ja. Komm her. Mann, jetzt lass mich auch. Jetzt chill doch. Okay, alles gut. Ich hab noch alles. Okay, das. Ey, wir waren. Warte. Aua. Ja, das war mein. Das war, ja. Okay. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. So, warte. Au. Ja, chillig. Oh, oh. Falt. Hahaha. Ja, der Miese. Das sind so die... Oh, nein. Oh, ist hier unten. Secret. Secret, ja. Oh, Leute, ey. Das Ding ist, es ist nochmal einfach ein anderes Feeling, wenn ich weiß, dass meine Zuschauer mich quälen. Wisst ihr, was ich meine? Boah, ich weiß noch, wie oft wir früher an Leveln... Oh. Also... Oh. Das war ein guter Nacken. Oh, ja. Rüber. Sehr gut. So, jetzt. Jetzt nach oben. Oh, guck mal, wie ich flie... Nein, falsche Richtung. Nichts passiert. Alles gut. Also, es ist auf jeden Fall... Wir haben auch meiner Meinung nach den richtigen Charakter, weil ansonsten kommst du hier auch gar nicht hoch. Mann, was soll ich denn da machen? Okay, okay, okay. Warte, 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 warte. Change Character. Wer könnte... Er, der Fliegetyp. Ja. Warte. Ja. Oh, oh. Ja, ich muss das irgendwie... Mann, wie soll ich denn... Ich kann das nicht überleben. Mann. Oh, das war... Das war... Oh. Oha. 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 Verdammt. Ey, ich kann jetzt nicht beim ersten Level, was wir hier spielen, aufgeben. Wir werden sicherlich nicht alle Level schaffen, weil manche auch einfach mega unfair sind. Aber ey, Junge, das ist das erste freaking Level. Komm. Du schaffst es. Du schaffst es. Bitte. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Stopp. 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 Alle Harpunen wurden ausgelöst. Ja. Ja. Ja, du bist es. Du bist es. Du kannst es, weil du nicht aufgehst. Du bist... Du glaubst an dich. Sorry. Tut mir leid. Oh, es war... Es war so ein inneres Bedürfnis. Die Aufnahme läuft schon sieben Minuten und ich habe einen Level. Oh, Leute. Danke an Jim Panze. Der Tyler Nader. Ich habe nicht viel Zeit. Und der Editor ist, finde ich, schwer zu nutzen. Aber ich hoffe, es gefällt dir. Ich selbst finde es halt eben nicht so cool, wie gesagt. Ich habe einfach nur einen Test. Bitte mach weiter. Ich gucke dir, seit ich fünf bin. Ja, aber wie alt bist du? Zwanzig? Ja, was? Was? Ich nehme Vater und Sohn. Okay. Okay. Ja. Okay. Was muss ich denn machen? Ich fall jetzt einfach. First Try, Leute. Ganz wichtig. So wie früher. Der First Try. Danke. Wir haben jetzt Grabmax. Hey, Palle und andere. Hier ist ein kleines Happy Wheels Quiz. Ich wünsche dir viel Spaß. Und... Junge, das ist wirklich früher. Moin, Palle und Co. Lang ist es her. Frosch LP. Ey, die meisten kennen Frosch LP wahrscheinlich gar nicht. Junge, das ist auch so ein Mean-Video mittlerweile. Frosch LP fordert dich zu deiner Rückkehr zu einem Quiz heraus. Danke, Frosch LP. Du bist der einzig Wahre. Ich sah auch schon mal besser aus. Das finde ich halt cool an Happy Wheels, dass so Leute halt einfach so Sachen basteln können, Insider einbauen. Und Palutens 600 Folgen Happy Wheels Special ging über 100 Minuten. Jaja, das ging locker über 100 Minuten. 100 pro. Zack. Was? Ah, die ging... Die ging 93 Minuten. Ja, schade. Ja, Junge, 93 Minuten sind auch über... Über eine Stunde. Stunde 30. Wie viele Victories erzählt denn ihr? 46. Komm, ich muss noch 46 mal... Jawohl. Welche Folge trug den Titel Frosch LP am Stissel? Ich würde sagen, Folge 111. Ah, scheiße. Ja, guck, die killen mich nicht. Wow, okay. Das sind aber... Das sind wirklich OG-Fragen. Oh Gott, die meisten kennen... Wirklich, die kennen die ganzen Happy Wheels-Folgen gar nicht. Jetzt seid mal ehrlich, das hättet ihr doch auch nicht gewusst. So, zack. An welchem Tag veröffentlichte Paluten die von Fernseite über 8 Jahre lang ersehnte nächste Folge Happy Wheels? Ach Gott, das... Ey, Leute. Leute, ich weiß das nicht mehr, was für ein Tag das war. Ich weiß das wirklich nicht. 15. 15. So, kein Problem. Es war jetzt scheinbar der 13. Zack, ich habe erst mal ein Bein verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Palle, wo ist Frosch LP? Frosch LP für den Hintergrund. Eigentlich müsste Frosch LP da hier links irgendwo liegen. Oder er ist noch eingepackt. Ich weiß es nicht. Aber Frosch LP lebt noch. Den gibt es noch. Auf jeden Fall. Im neuen Haus kommt der in den Hintergrund. Jan! 1653 Real. Hi, Paletto. Ich schaue dich zwar erst seit April. Ah, ne. Erst seit 2020. Aber ich habe mir fast jede Folge Happy Wheels angeguckt. Und mir immer gewünscht, dass du das wieder spielst. Ich habe dieses Paluten-Quiz erstellt. Kannst du bitte Jan und Dat Kitsikowsko grüßen? Ja, mache ich. Wann wurde die Folge Happy Wheels von Paluten veröffentlicht? Die erste Folge. Däki, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, das erste am 1.11. Richtig. Ne, falsch. Ne, war das jetzt richtig oder falsch? Jo, ich wurde abgeschlachtet. Warte mal, bei beiden gehe ich drauf. So. Wann hat Paluten die 5 Millionen Abonnenten erreicht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob es August oder Juli war. Ich sage August. Ja, ist, glaube ich, richtig. Wann kam der Comic Der Golem-König raus? Ich würde sagen, 29. März. Oh. Was ist mit Werbung? Ich weiß nicht. Ich habe hier Probleme. Jawohl. Uff. Paluten-Kletter. Hallo, Paluten. Ich hoffe, du kannst dich noch an meinen Namen erinnern. Seit Anfang an dabei. Und bis heute ein treuer Zuschauer. Danke, Deppel-Null-Null. Krass, was alles passiert ist. Ey, ich sage es dir. Wie man früher gesagt hat. Uh-duh-duh. It's my real talk. Es ist wirklich unfassbar viel passiert. Viel Spaß. Und uh-duh-duh. Das Ding ist, meine Stimme versagt ein wenig. Ja, warte, warte. Schaffe ich, schaffe ich? Ausgezeichnet. Schlangentechnik. Sehr gut. Und Sprung. Okay, es gibt insgesamt Schlangentechnik. Sehr gut. Oh. Sprung. Oh, 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 oh. Ausgezeichnet. Schlangentechnik. Eine der wichtigsten Techniken, die ihr in Happy Wheels können müsst. Ja, hier. Warte, genau. Sprung. Einer noch. Einer noch. Sehr gut. Schlangentechnik. Schlangentechnik. Ausgezeichnet. Sprung. Nein. Nein. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich muss zurück. Ich muss. Nein. Das ist das Ziel. Jawohl. Junge, first try. Hier, das ist noch sein Kollege. Da zieht Kofko. Pogo-Jump gemacht für ein paar Minuten. Bitte, bitte bewertet, wenn ihr mögt. Freund ist Jan. Danke fürs Lesen. Bitte. Willkommen zum Pogo-Jump für Paluden. Ja, ausgezeichnet. Einfach. Ah ja, okay. Zack. Oh, ja, sehr gut. Schaffe ich. Also, ich bin noch... Oh, oh, ah. Oh. Ich habe meinen Helm verloren. Ja, sehr nice. Okay. Krabbeln. Easy, Junge. Ich... Die Schlange... Nee, das kann ich noch. Genau. Komm, hier. Warte. Oha. Oh, das könnte... Das könnte wirklich... Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Oh Gott, Junge. Du willst mich doch quälen. Du willst mich doch quälen, Alter. Junge, wie soll ich denn da drunter kommen? Nee, jetzt bin ich wieder... Ah, ja, so. So. Oha. Das ist ja viel besser. Das ist die angedeutete Schlangentechnik. Oha. Und da ist das Ziel, Junge. Boom. First try. Double first try. Hier. Paluten-Level. Omad baut für Palle, Alter. Hab nachher mal wieder eine Map gemacht. Ist sehr kurz. Ist in Ordnung. Kurz ist... Oh. Oh, kurz ist gut. Omad, was soll ich denn jetzt hier machen? Was wird das denn jetzt? Omad. Omad, da komme ich nicht durch. Oh. Also man merkt auf jeden Fall, dass die ersten... Okay. Komm, wir machen weiter. Paluten-Burbles. Von Manomaker. Hyperdizzle und andere. Hier ein kleines Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Habe bis dato sel... Selber nicht geschafft? Wie soll ich das denn schaffen, wenn nicht mal der Ersteller ist? Checkpoint? Alter, hier so beim Spar. Ja, geil. Hier einmal so ein Kürbis. Ein Lün. 6, 57 bitte. Ja, tip top. Bin wieder da. Ah ja, wunderbar. Oh, Checkpoint? Was? Ich muss auf Klo. Oh. Tut das Kacken gut. Oh ja, das stimmt. Das ist immer... Oh. Das ist immer... Das ist immer ein Schnapper. Nee, warte mal. Was muss ich denn? Muss ich hier Gas geben und dann da oben den Coin schnappen? Warte mal. Man kann mit der doch so... Woop. Oha. Oha. Warte mal ab. Oha, Mann. Warum bist du so ein kleiner... Ein kleiner Kloß? So, warte mal. Das schaffe ich doch. Das war doch mega der... Der Try, Junge. Woop. Ah. Junge, First Try war fast der Beste. Oha. Oha. Oh nein. Ich bin einfach zu weit gesprungen. Das gibt's doch nicht. Weil wenn ich den einen Coin hab, dann hab ich doch den Victory, Junge. Ja. Let's freaking go. So muss das sein. Stormax. Ein sehr kleines Jump in Run. Ich hoffe, du hast Spaß. Das werd ich sehen. Stormax. Alles klar. Alles klar. Oh. Ja. Easy. 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 Bottle. Toilet. Wie, was? Ich check's nicht ganz. Was muss ich denn... Muss ich... Muss ich hier links... Warte mal. Vielleicht bin ich da tatsächlich zu schnell. Und ich muss dabei den Toiletten runter. Das kann ich mir nämlich echt gut... Gut vorstellen, dass wir hier... Jawohl. Einfach Masterbrain. Paluten Mega Ram von Jan. Hallo. Ich bin auf YouTube. Ich hoffe, dir gefällt das Level. Du schaffst das, Busfahrer Paluten. Okay. Hallo, kleiner Timmy. Oh Mann. Ich muss zur Schule, Busfahrer Paluten. Äh, Fahrradfahrer Paluten. Ja, Timmy. Wir schaffen das. Ist gar kein Ding, Alter. Guck. Hui. Ach, du bist so cool, Paluten. Ja, danke. Hallo, wo ist mein Kopf? Ja, der liegt hier unten, Timmy. So, guck mal. Jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Ah, jetzt... Ey, krass. Wir haben noch 150 Level. Ich würde sagen, dass wir schon teilweise ein bisschen durchswitchen. Man könnte auch... Oh, stimmt. Das haben wir, glaube ich, auch teilweise gemacht. Dass wir so gesagt haben, Paluten 20. Und dann haben wir so nur die besten Level genommen. Aber ich will jetzt einfach mal... Wir ballern heute einfach mal durch. Weil ich finde es ja auch cool, dass Leute ihre Zeit für Paletto opfern und ein Level zu bauen. Paluten Bottle Run und Treppen von Treefox. Bitte nicht schlecht bewerten, ist mein erstes Level. Hier, Bottle Run. Ich habe noch nie ein Level gemacht. Erwarte nicht zu viele. Liebe Füße, Treefox. Bitte nur nach rechts... Rechts lang. Okay. Oha, oha, oha. Okay, ist schon ein bisschen mies mit der Harpune. Ja, warte mal. Das Ding ist, kriegt ihr mich nicht immer... Oha, oha. Es steckt in meinem... Also hinten drin. Das Problem ist, ich darf meine Geschwindigkeit nicht verlieren. Also guck mal, wisst ihr... Oh. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja. Ich werde da immer zerfetzt, Alter. Komm, Junge. Mit der Kraft von Greyskull. Nein. Ich hätte es fast geschafft. Ey, wehe, da ist noch eine freaking Harpune. Oha, guck mal, wenn ich hier den mache... Ey, Jungs. Schieß doch einfach nur mein Kind ab. Wie bitte? Ja, mein Timmy. Timmy ist ja nicht wirklich mein Kind. Das ist ja so ein, den ich gefunden habe. Das ist ja nicht mein Kind. Aber Palut, ich dachte, du wärst mein Vater. Nein, bin ich nicht, Mann. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich kenne dich, Mann. Ich kenne dich gar nicht. Ja doch, aber du hast mich doch adoptiert. Nein, habe ich gar nicht. Du bist ein Bass. Mann. Du bist bitte Palut, Alter. Ich brauche hier was. Ich brauche hier was. Ey, Timmy. Okay. Wir sind jetzt ein Team, Timmy. Bitte. Mann, ey, Timmy. Warum werde ich denn jedes Mal? Warte mal, ich mache das so. Ich mache das so. So kriege ich das hin. Ey, du Sch... Komm. Ja, okay, perfekt. Mann! Er ballert. Ey, das ist doch ein Scherz. Komm, Junge. Komm. Ey, Junge, er hat einfach Aimbot. Er hat einfach Aimbot. Junge, ich gucke mal. Ich habe hier einfach... Königs... Du bist aus... Du hast eine Mine platziert. Ja, genau. Genau. Und da sind... Willst du mich verarschen? Was sind... Was ist denn da alles noch? Warte mal. Aber hier weiß ich jetzt, wenn wir... Oha. Nein. Wenn wir hier Lichtgeschwindigkeit erreichen. Wenn wir hier Lichtgeschwindigkeit... Ja, perfekt. Dann können wir es schaffen. Komm, Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit. Jawoll. Es ist nur mein... Oha. Oha. Jetzt. Zap, zap, rap. Wo? War... Oh, ich lebe. Ich lebe. Ich habe zwar... Ich habe... Hier geht es runter. Ja, ja, ja. Ja! Die Anspannung. Aber wir haben es geschafft. Und wisst ihr warum? Weil wir nicht aufgegeben haben. Du gewinnst nicht über mich, Treefox. So, Paludenbike. Von El Zucma. Viel Spaß. Leider nicht so lang wegen Objektlimit. Oh, I don't... Paletto. Stopp. Ein böser Kürbis. Oh, ja, Junge. Das... Guckt euch das an. Es wird besser. Ein böser Kürbis erobert die Stadt. Du musst erst die Handlung erledigen. Und dann ihn. Okay. Schaffen wir das, Timmy? Natürlich schaffen wir das, Paletto. Denn schließlich bist du... Äh... Der Beste. Danke, Timmy, Mann. Danke. Du glaubst an mich. Ja, ich glaube immer an dich, Paletto. Weil niemand ist so dumm wie du. Sag mal. Was soll das denn jetzt, Timmy? Ich dachte, wir sind ein Team. Ja, sind wir doch auch, Paletto. Oh, wir sind Team Scheiße. Oh, Paluten Forever. Ja, warte, aber der hat doch Paluten Forever gesagt. Ah! Ich hab den Podcast gehört. Wow. Der Rentner hat uns umgebracht. Der kassiert jetzt. Der kassiert. Batz, Alter. Kottbruder Podcast. Nein, die Ender Pearl ist mein letzter Triumph. Und deswegen feiere ich das so mies. Weil es halt solche Insider einfach gibt. So, warte. Den A, oh, aua. Au, i, au. Okay, das steckt in meine... Oh, ja. Sehr gut. Ja. Perfekt. Schnell. Okay, Bottle Run. Schaff ich. Ich bin Bottle Run Experte. Guckt euch das an. Guckt euch diese Balance an. GG. GG. Oh, oh. Vorsicht. Was wollte er? Mein erstes Level nicht so schlecht bewerten? Ich fand's geil. Ich fand's geil. Oh, und er hat noch ein Palutenkopf. Ja, okay. Der mich... Das hat meiner Meinung nach mehr als drei Sterne verdient. War ein chilliges Level. Ohne Witz. Bis dato eins der Besten. Danny PM1. Das ist mein erstes Level. Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben und hatte großen Spaß beim Erstellen. Das Level ist nicht wirklich schwer. Dauert auch nicht besonders lange. Aber ich hoffe, es macht auch trotzdem Spaß. Okay. Oh. Ähm. Mhm. Bottle Run. Oh. Oh. Ähm. Ja. Easy. Das ist doch geil. So. Kai. 1, 2, 3, XD. Hi, Paluten. Viel Spaß bei dem Level. Ist jetzt nicht das Schwerste, aber mach was für zwischendurch. Ah. Guck mal. Hatten wir auch noch gar nicht. Sehr geil. Gibt's hier einen Win? Nee, wahrscheinlich nicht. Man muss sozusagen nur eine von den Dingern sozusagen hier platzieren. Oha. Also wir haben zumindest eine auf Pro. Oh, jetzt? Hä? Ball, Ball. Oh. Achso. Hier geht's noch weiter. Achso. Guck mal hier, Alter. Ja, warte. Ich mach jetzt. Ich mach direkt Win. Beim Ersten. Zuletzt. Ja, warte. Oh. Nee. Nee. Ja. Oh. Nee. Na. Okay. So. Guck mal. Das mach ich doch jetzt. Ich weiß doch, wie man hier weit wirft. Komm mal. Einwurf. Wie beim Fußball. Ja. Okay. Nothing. Ja, warte. Ich. Ich. Irgendwas ist mit meinem Körper falsch. Ja. Hab ich. Zack. Mini-Balls. Ja. Was war im Spiel? Warte, warte, warte. Warum hab ich denn beim Free Win? Warum wurde ich exploded? Was soll das denn? Ja, dann werfe ich halt mit meinem Arm. Was denn? Guck mal. Mein Arm bewegt sich da hinten noch. Hä? Warte mal. Kann ich jetzt nicht gucken, dass ich hier? Oha. Ey, das ist einfach Betrug. Man kann hier gar nicht gewinnen. Wow. So. Charlie Apollo. Oh, das hat gute Bewertungen von Charlie Apollo. Erstes Level. Bla, bla, bla. Viel Spaß. Danke, Charlie. Welche Farbe hatte Izzy's Garnele für Paluten? Orange. Orange natürlich. Für die gute alte Paläte. Geile Frage. Irgendwie geht's uns nicht gut. Was hat Palle immer am Anfang eines Ufo-Vlogs gerufen? Moin, ihr Mullucks, oder? Hallo, Freunde. Natürlich, Hallo, Freunde. Richtig, das Iconic, Hallo, Freunde. Letzte Frage. Was ist das beste Team? Kürbis, Tumor for the win oder Palle und Gronk? Nee. Palette und Menjel. Gronk und ich haben leider noch nie... Oh, guck mal hier. Bester Podcast. Cottbruder, 5 Sterne. Vielen Dank. Das ist sehr großzügig von dir. Ja, hört euch die neueste Folge von Cottbruder Podcast an. Bestes Quiz. Bestes Quiz von ihm. Charlie Apollo, Alter. 10 von 10. Ich sag's euch. So, Paluten-Pogo-Jump von Galaxy Time. Das ist mein erstes Level. Deshalb halt leider schlechter. Und ich würde mich freuen, wenn du spielen würdest. Alter, den, 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 den kriege ich den Jungs. Okay, alles klar. Ah, das ist es. Oha. Verdammt. Oh, ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ich kann ihn ja auch entwaffnen. Das ist ja kein Problem. Das ist, ich finde, das ist sogar meistens die lämere Taktik. Wenn man einfach nur, genau, versucht ihn einmal... Guck mal jetzt. Schlag in die Fresse. Perfekt. Scheiß, Timmy. Ja, guck mal hier. Oh, ja. Ja, oh, oh, oh. Das ist gut. Das könnte gut sein. Oha. Oha. Und da ist der Victory, Junge. So. Rope Swing. Von Keilumade, Alter. Viel Spaß. Danke. Einmal Z drücken. Warte, drei Sekunden. Mach ich. Yippie. Oha. Oha. Das war ganz nah am First Try, Junge. Und da war noch so ein geiles Palutengesicht. Hat nur jemand zu euch gesagt, dass ihr hässlich seid? Also logischerweise hat das zu mir schon mal jemand gesagt. Aber auch tatsächlich nur im Internet. Und meine Mutter. Nein. Hui. Palero? Nein, Timmy, nicht. Aber Palero. Nein, Timmy. Ich höre diese Stimmen, Leute. Ja, meine Stimme, Palero. Ich bin immer da. Immer in deinem Kopf. Nein, geh raus, Timmy. Nein, ich bin immer da. Immer. Egal, ob Tag oder Nacht. Egal, ob mein Pimengi. Ich bin immer da. Hilfe, Leute. Nein. Oha. Palero. Palero. Timmy, geh raus aus meinem Kopf, bitte. Nein, du hast mich erschaffen. Und ich wohne jetzt hier. Mann, ich schaffe dieses Level nicht, Timmy, weil du mich ablängst. Na und? Du wirst langsam verrückt, Palero. Du wirst langsam verrückt. Ja, sag das dem Typen, der mit einem Schwein redet. Ja. Aber jeder redet doch mit Schweinen. Du redest doch auch mit deiner Mutter. Sag mal, hat Timmy gerade meine Mutter beleidigt, du mieses Stück? Ja, habe ich. Was willst du jetzt machen? Du schaffst es nicht, weil du ein Opfer... Mann! Es tut mir leid, ey. Ich werde wirklich... Happy Wheels bringt schlimme Dinge in mir hervor. Ja, ja. Okay, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Zack. Der Battle Grab. Bitte, Tiki. Oh. Wuhu. Wupp. So, komm, jetzt mach aber. Genau. Oh, du bist ein Macher. Du bist ein Möheimer. Ja, das könnte, das könnte doch jetzt gut sein. Ja. Tut mir leid. Es ist dieser innere Druck. Es ist dieser innere Druck. Film Many Travel. Hi, Paluten. Hier ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße, Daniel. Daniel. Oh, guck mal hier. Filme Reisen auf die Philippinen. Guckt mal. Guckt euch diesen süßen kleinen Paluten an, Alter. Okay. Da ist Edgar. Und der eine hat mir... Mhm. Okay. Überlebt. Oh, schaffe ich auch. Okay. Seit welchem Jahr ist Paluten auf YouTube? Äh, Entschuldigung. Warum werde ich hier auf 2000... Nee. 12. 2012. Wie heißt der Podcast mit GLP? Kottbruder Podcast. Kott... Nee. Klo... Klobruder ist aber auch gut. Klobruder. Nee, aber Kottbruder. Ja. Wie heißt sein Squad? Er ist unser Squad. Nein, nicht der Edgar Squad. Der Freddamsquad. Schnellschau. Oh, oh. Ich... Oh. Ah. Bitte lass mich hier runter. Mein Reifen ist schon kaputt. Warte. Jawohl. Jawohl. Okay, ich bin da. Ich bin da. Wie alt ist dein bester YouTube-Freund? Scheiße. Lass mich runter. Und los. Ist Paluten cool? Ja. Ja. Nein. Oh, oh. Warte. Nee, warte, 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 warte. Bei der Naja geht. Also ich würde mich... Ich bin kein cooler Typ. Ich bin einfach ein Typ. Also versteht ihr, was ich meine? Ich war nie der Coolste. Das war aber auch nie mein Anliegen. Ich bin einfach ein ganz normaler Typ, Alter. Der Bock hat auf Gaming. Welche Farben haben sein... Was ist das denn jetzt? Ich bin hier runtergefallen. Ja. Das. Timer HD. Hi, Pallo. Moin, YouTube. Moin. Junge, was ist das denn? Das hast du gebaut? Das ist doch ein Scherz. What? Können wir das bitte einmal überprüfen, ob das wirklich sein Level ist? Also wenn du das gebaut hast... Junge, dann bist du ja der freaking auserwählte Mann. Das ist doch krass... Nein. Kann das bitte jemand verifizieren? Also ich sehe den Palutenbezug nicht. Ich komme mir leider auch nicht weiter. Aber das kann mir das bitte jemand in die Kommentare schreiben. Paluten Ball Throw. Ich glaube, für mein zweites Level ist es ganz gut. Selbst wenn ein Paluten das nicht spielt, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. So, ich spiele es doch. Ich unlock jetzt erstmal den Win. Oh, hallo Mängels Mutter. Okay, warte, mir fehlen die Bälle. Ja, warte mal. Man muss ja perfekt werfen. Oha. Okay, da habe ich erstmal die Plus Eins. Fragezeichen. Da fällt mir das Gesicht aus der Fresse. Fragezeichen. Abonnieren und liken. Ja, immer eine gute Sache. Ja, schade. Junge, ich komme da nicht in die Mitte. Oh, jetzt... Ah. Okay. Plus Eins. Ja, aber selbst wenn ich Plus Eins habe, ich muss ja erstmal Unlock Win. Perfekt. So. Und wo ist denn dann jetzt... Ach, da oben ist der Win. Junge, wie soll ich denn auf den Win... Let's freaking go. Jawoll, Mann. Paluten Chong Fu Kurs von Jan. Hier noch ein Level von mir. Wenn du das wirklich spielen wirst, würde es mich wirklich freuen. Auch wenn du... Wenn es nicht so ausschaut. Zwei Stunden gebraucht, weil ich mich mit dem Level-Ditor nicht auskenne. Jan, ich habe euch doch schon gegrüßt. Okay. Oh, ja. Oh. Der Chong Fu Kurs, Alter. Ich bin ja... Ich bin jetzt ja nicht so der Experte, Alter. Aber ich glaube, Kong Fu schreibt man anders, oder? Paluten. Ja, hallo Timmy, Alter. Wir haben hier den Chong Fu Kurs. Wer bist du denn? Ich kann Chong Fu. Das ist mein Pfanne gekillt. Also jetzt gibt es auch Chong Fu. Ja, Jungs. Kommt mal. Kommt mal. Wir haben alle Chong Fu Kurs, Alter. Alle Chong Fu. Und da ist der freaking Victory. Leute. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich weiß nicht, wie lange das Video am Ende sein wird. Paluten Level gespielt. Das Ding ist, guckt euch das an. Hier kommen noch so viele... Da sind auch deutlich mehr geil Bewertete dabei. Wir ballern durch, Leute. Wir ballern durch. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt auf weitere Paluten Level. Vielleicht feiert ihr das ja auch überhaupt nicht. Aber also eigentlich ist der Plan, morgen um 14 Uhr neue Folge Happy Wheels, Mann. Happy Wheels Woche. Geht ab. Startet. Tag 1 war das heute. Morgen Tag 2 der Happy Wheels Woche. Ab dafür. Euch noch einen schönen Tag.